Nur, dass nichts schlimmer wird als jetzt. Ich erinnere mich, aber ich will nicht. Wir fordern eine Solidaritätskiste von. Ich bin gerade echt am überlegen, zeitlich zu starten. Ich fürchte nur, ich würde damit allein halten. Schreib mir mit dem Zeitlich, dass ich mich zeigen soll. Zopf, wenn es es bultet. Traue dich, kreativ zu werden. Wenn man jeden Tag von den Nachrichten erschlagen hat. Was war wohl 15 Minuten und 15 Sekunden? Guten Morgen, liebe Sonne. Wo versteckt sie dich denn? Wo bist du blondes Ding mit der roten Jacke hin? Hatten wir schon, Rauhde? Zeig dich als Initiative Betroffene. Namen zu zeigen, dazu zu stehen und anderen Mut zu wollen. Sich nicht zu verstecken. Zeig dich. Ich bin, der ich bin. Ob man oder Frau, sei das immer der sein ist. Zeig uns deine Story, ein Zeig. Freut sich auf dich. Die Zeit für Entfaltung bleibt nicht mehr. Dann will schon der Kollege auf die Bühne. Ich zeig Ihnen nicht nur, ich fick dich auch.